Jetzt sind wir schon drauf. Mein Name ist Brigitte Wettel. Ich bin glücklich, euch zu begrüßen. Heute ist unser Programm über... Scheiße. Du kannst ruhig pausen zwischen euch machen, das hätte ich dir... Nicht nur bei Kindern, nein, auch bei den Eltern und Mitbürgern. Kannst du da auch mit der Hand gucken. 3, 2, 1. In einer deutschen Studie der Bundesärzte Zahner aus der Kammer und dem Institut für Zahnmedizin hat ergeben, dass nicht nur bei Kindern, nein, auch bei älteren Leuten immer häufiger Karius, Paradoptose und oder Zahnfeule aufträgen. Pfff! 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 Untertitelung. BR 2018 Demrasen und unsere Führung administrativ im Untertitelung des ZDF, 2020